Wir haben diese VIP-Einladung bekommen. Was soll das überhaupt sein? Ich bin der Highschool-Trottel. Das ist ein normaler Look. Fuck. Darf ich fragen, was du hier machst? Naja, ich arbeite hier. Also, arbeitest du heute für uns? Leider. Wir haben den Park ganz für uns allein. Also Leute, lasst es krachen! Keine Angst, ich beschütze euch, wenn euch was passiert. Ich wurde gejagt von einem Schauspieler mit Maske und Axt und so. Schauspieler, hier gibt es nur Puppen. Fuck. Wer ist das? In die Kabine, weint euch! Schneller, 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 schneller! Verpiss dich, du Krieg! Hey, du bist hier! Was soll das? Wir müssen abhauen! Vergiss sie einfach! Unten kann er uns nicht sehen, aber oben sind überall Kameras. Er spielt mit uns. Du kannst sie nicht vertrauen! Nein! Halt es an! Nein! Nein! Wir müssen abhauen! Wir müssen abhauen! Ich bin gar nicht mehr... Ich bin gar nicht mehr.